Hallo liebe Gäste, ganz herzlich willkommen auf MS Albatross und schön, dass Sie sich für unsere Kabinen interessieren. Ich bin hier in Kabine 8030 auf dem Apollo-Deck der MS Albatross und Sie können sich gerne in unserem 360-Grad-Video umschauen. Und vielleicht sehen wir uns ja bald. Untertitelung des ZDF, 2020